Und moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir 2-2-2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt dir ein Like und ein Abo da, vergeht mich die Glocke zu hören, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, die kommt natürlich ein bisschen. Und ja, weiter sind wir mal alle anderen Spiele gehabt. Dann gehen wir in die Runde rein. Und dann soll ich schon losgehen, ne? Ich glaube, wir haben eine Fußball-Präume. Oder so. Ich habe eine Messer-Schuss. Oh ja, okay. Ich habe ein paar Mal. Was? So. Die Seite schmeckt er groß. Er macht neigen, oder? Er lefte weil er ein Eigentum gemacht hat. Juuuut. Ich will die Rotten gefallen. Oh, er ist das nicht? Das ist der letzte. Oh, okay. Also, dass er keinen Brust hat, kann ich verstehen. Oh, okay. 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 So, jetzt kommen wir unsere Runde mit dem Schirmschritt. Schöne gemacht. So. Hör auf den Weg. So, jetzt kommen wir am Ende noch mal. Ich bin jetzt verstanden. So. Weißt du noch, ich hoffe, dass es schaue. Wir haben da einen Angle. So. Wir sehen uns. Ich muss das mal kriegen. Das ist doch überhaupt nicht so. Moment, jetzt sieht mein T-Mail schon aus. Ich weiß nicht, was das für eine Mechanik ist. Reinfangen mit T-Mail? Ich weiß nicht, was das für eine Mechanik ist. Oder T-Mail, wenn ich da wohin brauchst du mich aufgeben. Der ist noch ein wenig. Oh, ich weiß nicht, wie du. Ich frage mich. Nein, ich weiß nicht. Dessen kommen die vielen anderen Würzen. Weil wenn Tima hätte, dann hat er keinen Grund, das reinzuschreiben, weil er nichts rauskommt. Ich kenne ja nicht so viel, dass er kann, wenn er keine Zeit hat. Vielleicht auch nichts dafür. So. Komm. Vielleicht hast du mich schon los. Oh, Tima. Oh, Tima. Oh, Tima. Oh, Tima. Tima. Oh, Mutterschance. Oh, Tima. 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 Oh, Tima, Oh. Der ist doch links ja? Das war's für heute. Aber egal, das war's mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal und damit tschau, tschau tschau